Hallo und Servus beim aktuellen Vital-Tipp. Jetzt ist Spergelzeit. Magst du Spergel? Und wenn man Spergel ist, dann wundert man sich oft, dass man am WC ziemlich stark riecht, also der Urin riecht nachher so stark. Woher kommt das? Mit was hat das zu tun? Im Spergel ist Schwefel drinnen und Schwefel ist an und für sich eine gesunde Geschichte für den Darm. Und Spergel ist extrem wasser- und harntreibend. Und das ist ja gut, das entgiftet ja. Und deswegen, wegen diesem Schwefel riecht unser Urin nachher stark. Wenn man zu viel Spergel isst, dann ist es auch wieder nicht gut. Dann ist es zu viel Schwefel für uns und es ist halt wieder die gesunde Mitte. In dem Sinn, geniesst den Spergel. Kaufen am besten lokal und regional ein und freuen wir uns, dass er jetzt da ist. Viert die Servus. Mach's gut.